ist das spiel fallgeist oder ist es sonic man weiß es nicht es gibt in der kooperation mit sega glaube ich war oder auf jeden fall muss man hier ringe sammeln und ich bin gerade absolut scheiße nice scheiße sind gerade welche aufgetaucht das richtig geil dass man hier einfach so nichts sehen kann ich glaube hier ist da ist einer direkt von meiner nase aufgetaucht gut das sieht gut aus und ja wieder raus bitte danke ja sammeln oh gott bin ich schlecht oder hat schon geschafft allen beiden ist aber ich brauche nur drei die drei der drücke es gibt den mir den herr gut oder hat jemand erst sieben ihr kommt nicht weiter ja es gibt eine kooperation da gibt es auch keine skins sonic habt ihr gesehen die gab es auch schon länger dann gab es den supersonic habe ich auch als dr egman knuckles ein paar skins weiter wie schlecht seid ihr alle meisten haben schon aufgegeben geil das hat auch alles was ein bisschen mit glück zu tun es gibt auch irgendwie in dem spiel modus hier nur diese eine map ich weiß gar nicht ob die im normalen spiel dran kommen kann ja aber lustig die ist eigentlich ganz nice die bodenhügel zone dann auch billige sonic schuhe irgendwie aber ist unterteil schon besser ich bin schlecht gespawnt sich gerade oder naja doch eigentlich geht 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 eigentlich man muss eigentlich nur da hoch kommen ja da bin ich jetzt nicht hochgekommen belastend oh nice leute ach verdammt da hier ist immer nice nein auch schade da hat sich alle münzen schmecken das snack ruft meine münzen meine münzen finger meine ich doch hier ein bisschen warten da hat so ein lucky alter bin ich dumm oder so super danke ja ich sollte aber eigentlich weiter kommen eigentlich hey nicht mehr alles klauen blu latsch nice den wollte ich zwar nicht aber egal der finale wird schwierig wie gesagt da drüben da gibt es die meisten ringe und wer die einsammelt der hat eigentlich schon so gut wie gewonnen so tails hat es auch geschafft hey der hat schon die sonic schuhe aber ich muss nicht gewinnen zum glück ey wenn die jetzt voraussetzung hätten gewinne das spiel um das letzte freizuschalten das ist ja so ekelhaft der hat es auch geschafft aber auch einen neuen emote ich glaube der hat schon aufgegeben ja da gibt es noch mal ordentlich münzen ringe meine ich doch mensch das sind keine münzen oh der fährt noch ein ring beeile dich schneller gut oh naja sind einige rausgeflogen also man kommt eigentlich safe in die letzte runde aber jetzt ist immer finale mit 18 leuten ist immer schwierig ja das ist jetzt erstmal das erste video nach dem urlaub ich bin komplett entspannt deswegen kann ich das spiel auch wieder spielen ja jetzt geht es im finale darum wer die meisten ringe sammelt wer zuerst 50 hat der hat gewonnen ist jetzt nicht so nett aber naja was willst du machen ist halt schwierig man muss halt wirklich glück haben mein spawn sieht schlecht aus oder ja sehr schlecht okay mal gucken weil ich könnte ich da hochgehe ich springe auf den regen hier vor mir und dann oh komm schon bitte 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 nein doch nein oh gott das sieht schlecht aus komm wieder raus oh nein warte stimmt ja oh fuck bin ich dumm das war es schon glaube ich er start schon 18 19 oh was mache ich denn what the fuck ja ich habe es nicht anders verdient als zu verkacken jetzt hey das sind meine die snack ich mir fuck ja das habe ich schon verkackt für die erste runde lief es doch ordentlich du es ekelhafter wax snagger ja wer da oben ist das wohnen das schaffe ich es noch der erste kriegt irgendwie keine punkte mehr ist das knapp leute das hätte ich na come on einer 5 warum scheiße ist aber so knapp das will ich mir nicht angucken verdient verdient ja ich habe mir auch ein paar kodos geholt nicht kodos die neue währung ist ja vielleicht ein bisschen geld verschwindung aber naja wer halt alle sonic skins haben möchte der ist halt sehr tief in die tasche greifen so naja kann ich gleich mal ausrüsten äh ich kann ja mal supersonic aktivieren ich werde das jetzt gewinnen supersonic aktiviert stimmt ich wollte ja nochmal die mode zeigen je weniger am anfang teilnehmen desto besser jetzt habe ich letzte runde echt verkackt hätte ich einmal das obere da eingesammelt wo da zehn ringe sind oben wie ich das schaffen könnte ich war ja ordentlich dabei ganz ordentlich aber dann naja ich soll ja nicht nachtrauen meinen verlorenen sieg nächste runde neues glück neue chancen möchte so spawnort wäre ok ja so ein bisschen scouten hier den ja der hat mich 400 von der währung gekostet so gehen wir mal erstmal schön hier hoch ey nicht runter fallen ok das mit dem hochkommen ist da am besten merken hier ist es ne ja doch hier oder ne da werde ich zu weit raus geschleudert ach fuck war schon alles weg als ob schon zwei qualifiziert sind oh hab ich das jetzt weggesnaggled oh ja man kann eigentlich immer ordentlich ringe holen holen hier noch einer ja easy ach mehr glück im finale diesmal wär schön dauert aber ne weide hier bis die es alle geschafft haben brauchen echt lange da ist kein ring mehr so sind da wieder welche und wie spawnen die denn ey gar nicht oder was glaubt die brauchen ein bisschen länger als die anderen ich lass meine kamera mal drauf oder sind die nur einmalig da wäre mal interessant zu wissen wäre mal interessant zu wissen ok zwei sind einfach schon gelieft das heißt weniger leute im finale mehr ringe für mich wäre lustig wenn ich es jetzt nicht schaffen würde aber man muss es schaffen sonst ist man einfach absolut scheiße mit dem spiel und ja so zweite runde ok ich spawn diesmal oben interessant da spring ich glaub ich gleich mal hoch oder ja da sind die vielen ringe ich sehe sie schon oh das hat diesmal nicht so viel gebracht ok oh fuck leute nein ahja oah nein ey wie warum ich das grad verkackt habe aber egal ne die schaffe ich nicht mehr ach verdammt sie sind prespawnt schafft man einfach nicht den sprung merke ich mir bis zum nächsten mal habe ich es eh vergessen aber egal ey die sind nie alle da ist niemand oben sind alle hier unten sind alle hier unten ich glaube die respawn nicht mehr ich glaube dreimal und dann nicht mehr du du arsch ey jetzt haben die mal die vor der nase weg gesnaggelt noch neun ok alter was mach ich hier nein das wollte ich doch einsammeln ach komm noch einer noch einer noch einer das war jetzt nicht die beste leistung hätte auch rausklingen können aber ja ist ja noch mal ist gut gegangen wo schafft es der ich glaube schon er hat ihm fehlen nur noch drei die drei fehlen ihm nehmen oh die wollen ihm von der nase weg ist nicht jetzt wartet er bis sie wieder kommen aber sie werden nicht wieder kommen um ihn zu verarschen bleiben einfach weg kommen einfach nicht wieder tja hättest du nicht gewartet hättest du es geschafft supersonic aktiviert seine superkräfte ok wir sind zu 14 im finale wir sind alle besser als ich wenn sie sich die mitte absnaggeln mal gucken wird schwierig werden what's the wonder ja wer die mitte bekommt der hat eigentlich schon gewonnen aber ich habe beim letzten mal gut aufgeholt mir hätten wirklich nur noch fünf gefehlt spawnpunkt ist naja ok dann nehme ich wahrscheinlich lieber die röhre damit hinter mir rechts oben ich glaube der hat dieselbe idee ne hat er nicht ok gut ok der eine hat schon sieben alles klar warum oh das war richtig schlecht richtig schlecht gelaufen jemand hat die mit eingesammelt ja ey Junge nice ich habe ihn abgedrängt das sind nur die billigen jetzt ist wichtig Leute nö nicht euer ernst ich habe nichts von der mitte gesehen es ist auch so unfair warum gibt es da eigentlich so viel natürlich snackt er sich da jetzt alles hier hoch zu kommen ist auch so behindert alter kriegt gar nichts hin warum wie hoch komme ich hier ich komme ja gar nicht weit alter es ist eine katastrophenrunde ich war letzter alter ich war letzter da hat ja gar nichts geklappt supersonic grime war scheiße aber ich habe 500 diamanten bekommen immer holz es klappte gar nichts hier irgendwie so okay runde 1 runde 2 noch generell ringe sammeln ja es hat nicht geklappt müssen wir jetzt mal vielleicht jemand böse nehmen wo soll denn da ach das das skin ist sogar Dr. Eggman ich meine er sieht halt wirklich aus wie echt einfach nur cool base Dr. Eggman ja das wird jetzt aber die letzte runde erstmal von dem modus ich werde eh nicht gewinnen das ist schwierig ich werde das dann auch ein bisschen privat suchen aber generell die folge series werden jetzt eh nicht mehr so viel sein weil season ist fast zu ende jetzt das glaube ich das letzte große event und dann kommt einfach nichts mehr dann warte ich auf season 2 und dann vielleicht wird das wieder besser aber ja solange es keine vielen neuen spiele gibt ist halt schwierig diese ist jetzt alle ich habe richtig hart rein gepatet ins spiel und weil ich Dr. Eggman bin aber die skins sind einfach nur geil ey man ja finde ich es noch einer von denen bekommen bleib diesmal einfach oben oh 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 das ist nichts alter ne bleibe ich diesmal eben unten blödes herd unten ist aber auch nicht so schlecht muss ich zugeben okay Strategie für Szenale doch lieber hier unten Ringe sammeln weil das ist ziemlich OP oder soll ich doch lieber hoch gehen aber oben wollen alle da auf die auf die Regenhaupt von oben schwitzen unten ist vielleicht doch besser ich teste das jetzt nochmal in Runde 2 aber ach ja wie ich die skins bekommen habe ich habe für 32 Euro oh diese na ach diese Spezialbank gekauft Epic wird so reich jetzt durch Sonic werden einfach unglaublich jetzt dieses fehlen noch die Mario Skins das wird dann wieder toll ich habe auch genug Geld für den nächsten Battle Pass kostet ja glaube ich 950 wenn ich mich recht erinnere ich setze ja der Switch wo ich meine es war irgendwie voll komisch ich kann weil der Switch keine Gruppe öffnen und da habe ich mir einen Account gemacht und da hätte der Battle Pass 950 in der Spezialbank gekostet da denke ich mir so ne war hier auf dem PC habe ich es ja geschenkt bekommen durch die Steam na die Steam Version ja bei der Blaze hatte ich jetzt sowieso das kostenlos bekommen habe ich dann trotzdem den Battle Pass bekommen weil es damals bei PS Plus dann war richtig nice wo ich damals kein Geld dafür auf der Blaze ausgeben habe damals hatte ich aber den Sonic Skin wo der Kronen gekostet hat oh hallo ey du bist so ein Arsch ok der erste Ring bisher läuft es nur in Ordnung ach ja da nehme ich lieber die Rechten hier mit hier nochmal Na ja W app luz auf tai wenigstens eine bekommen ah egal lose of talent hier rumlatschen ist echt nice ich glaube schon fünf qualifiziert sind ja gut vielleicht ist das doch nicht so schlau aber ich probiere es weiter ich probiere das jetzt mal im finale oben lasse ich einfach mal links liegen bei damit dem jump hat ist auch nice eigentlich oder mal gucken wie meine stadtposition ist ich weiß ja nicht wo die beste position ist um da hochzukommen ist denn hier weil hier kann man auch gleich die röhre mitnehmen ok du bist du mit naja dass die röhre kommt direkt nach dem dinger besten wo die scheiße hier lang geht hochkommen ist auch eine sache des timings irgendwie also bei den schiebedingern muss ich hochkommen sind halt auch noch zwei ringer wo der hat schon aufgegeben oder auch nicht naja sechs ringer wird aber schwierig oder doch die drei hoffen da los du schaffst das ob es so dumm was machst du nee er wollte einfach nicht weiterkommen er wollte es einfach nicht wieder 16 leute im finale ok diesmal sei es das ja unten ringe sammeln aber wir haben ja sowieso die toy harder in der lobby also wird es schwierig werden fragt mich auch ob süße die beim team modus gibt also generell ob man das noch spielen kann jetzt glaubt zwar nicht aber egal welches spiel kommt jetzt wohl oh bodenhügelzone wer hätte damit gerechnet erst mal gucken wie meine stadtposition ist vielleicht probierst du das noch mal mit der oberen mit dem oberen münzhaufen aber wahrscheinlich nicht wir werden eh alle da oben darauf schwitzen wollen glaube ich ok wo bin ich da sind wir ziemlich in der mitte ne nutze ich nicht so ich gehe jetzt hier rüber und dann geht es hier lang schön nicht eine münze schön dann vorbei gesprungen du pläder samurais alter junge hör auf damit jetzt kann ich schon mal nicht mehr gewinnen ja das ist halt die dümmste taktik die ich hätte gehen können ganzen samurais sammeln hier unten sechs nur sechs ist die schlechteste runde bisher natürlich alter ok da oben in der mitte gut unten ringe sammeln keine chance ne normalen runden ja aber sonst haben wir nicht oh ich hatte eine weekly geschafft naja immerhin level 91 ja ich werde sonic noch privat weiterspielen er lässt mit dem billigen ringe dann werde ich noch schaffen gewinnen müsste ich auch noch mal irgendwie punkt zu sammeln die höchstgeschwindigkeit erreichen what the fuck naja weil mir bleibt nicht mehr viel zeit ich habe noch 15 tage heißt noch mal zweimal wirklich mitnehmen um stufe 100 zu erreichen aber ich bin ja gut dabei gerade aber ich habe es ja bald für gottseller naja ich hoffe es hat euch gefallen und ciao